Ja, was geht und willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Angezockt. Heute mit Prehistoric Kingdom, der Konkurrenz von Jurassic World Evolution 2 oder Allgemein Evolution. Wir bauen in diesem Spiel ein Dino Park auf. Dieses Spiel hat etwas andere Mechaniken als Jurassic Park Evolution. Da kommen wir im Spiel dann noch mit dazu. Das Spiel ist im Early Access vor ein paar Tagen rausgekommen. Aktuell nur auf Englisch verfügbar. Also, nicht wundern, wenn ich hier das eine oder andere nicht verstehe mit meinem Superenglisch. Ich würde sagen, ich labere nicht weiter rum. Wir machen mal erstmal, hier steht schon, wenn wir das erste Mal spielen, müssen wir das Szenario besuchen, um das Tutorial zu spielen. Das machen wir mal, bevor wir einen neuen Park erstellen. Ich drücke mal auf Szenario und New Beginnings. Introduction for Prehistoric Kingdoms. Start. Start. Ah, Startszenario. Hallo? Hallo? Testing. 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 One, two, three. Ah, hi. It's so good to finally meet you. I'm Nigel, your Park Supervisor and Head of Zoological Developments here at Prehistoric Kingdom. Since our last Park Manager moved to the Americas Division, this place has fallen into a bit of a state. Unfinished plans, neglected habitats, all telltale signs of a much-needed makeover. As I'm sure you know, our zoos are a little different, so it's perfectly normal to feel overwhelmed at first. After all, it's hard for most people to imagine what dinosaurs look like, let alone manage them. We're here to change that. And I reckon this will be second nature for you in no time. Right, first things first. I'm sure you're ready to meet our friend down there, so let's make sure you can look around. I'm sending some input controls to you now. So, nach langer Wartezeit bzw. Ladezeit und der netten Vorstellung von dem lieben Nigel sind wir jetzt hier im Tutorial angekommen. Es laggert gerade sehr, sehr doll. Das liegt ja vermutlich wirklich am Early-Exe-Status. Wir müssen jetzt hier so ein paar Aufgaben erfüllen und uns hier so herumbewegen. Grafisch sieht das natürlich schon sehr, sehr geil aus. Und die Dinos, ich erfülle hier gerade die ganzen Ziele gerade. Ja, sieht schon geil aus. Ich weiß jetzt gerade nicht, was das hier für ein Dinosaurier ist. Können wir bestimmt anklicken. Nee, geht noch nicht. Aber man sieht, es sieht grafisch schon sehr, sehr gut aus. Kann auf jeden Fall mit Jurassic Evolution mithalten, meiner Meinung nach. Okay, die Animation vielleicht nicht so. Die Animation in Jurassic World Evolution, ich muss es halt immer vergleichen, weil das nun mal der direkte Konkurrent ist. Und man sieht auch so einige Parallelen auch. Also, es ist auf jeden Fall schon grafisch sehr cool. Die Animationen sind ein bisschen hakelig, aber es ist ja noch im Early Access. Die Frage ist, wie lange, das wissen wir noch nicht, hier diese Futterstation auch, ähnlich wie bei Jurassic World Evolution. So, ich mache mal die letzten Ziele. Zack. Jawohl. Okay. Äh, let's have a light. Okay, ich habe ein Kameralicht. Okay. Ah, auch geil, ne? Ja, dann, let's go. Ja, dann, wir müssen uns hier so ein bisschen rumschauen. Ich soll irgendein Flamingos suchen, keine Ahnung, habe ich das jetzt richtig verstanden? Es sind auch keine Ziele eingeblendet. Ich, äh, gehe mal so ein bisschen, mit der Shift-Taste kann ich auch ein bisschen schneller mich bewegen. Also, an sich das Spiel, natürlich ähnlich wie bei Jurassic World Evolution. Ähm, allerdings ist hier das Hauptmerkmal nicht, also nicht der Story-Modus, wie es in Jurassic World ist, sondern wirklich der Aufbau des Parks und man hat hier viel mehr kreativere Möglichkeiten, ähm, ein Gehege zu bauen, ähm, was es bei Jurassic World Evolution so ein bisschen Mangelware ist. Ne, da ist ja wirklich der Hauptaugenmerk wirklich, ähm, ja, ähm, so Story-Modus, Szenarien und so weiter. Aber hier in, äh, Prehistory Kingdom ist es wirklich so das Kreative, der Aufbau von Gehegen, die Gestaltung und so weiter. So, ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Kann ich hier mal auf das Fragezeichen gehen? Nein. Ah. Alright, ich hoffe, dass ihr bereit seid, dass ihr eure Hände kaputt. Aber sicher doch. Um zu starten, müsst ihr ein Wettbewerbsproblem in der Paddock von früher. Ja, wir sollen, äh, also Priorität Nummer 1 ist natürlich die Sorge um die Dinosaurier. Wir müssen, ähm, alles dafür tun, dass es denen gut geht in deren Gehege. So, Tree Lizard, Selected Drysaur, ein Drysaur, keine Drysaurus. Wo sind die Selected Any Drysaur? Kann ich hier irgendwie mit einer Map schauen, wo sie sind? Ne, ne? Was ist denn hier so ein... Ne, das ist ein... Schieler? Was ist das für ein Saurier? Lambiosaurus, Duraco, okay. Drio sind, glaube ich, diese ganz kleine. Ist das vielleicht den, den wir als erstes gesehen haben? Ähm, wir schauen mal hier. Ja, das ist einer. Okay, so this is a Drysaurus. This little fellow is a small herd before from the Jurassic. And it looks like their herd needs our help. When tackling a welfare issue like this one, you can expand headers inside the animals info box to learn more about the problem. Try clicking on the Sustenance and Enrichment Labels. Okay, Open the Sustenance. Das ist das hier. Das ist wahrscheinlich so die Nahrung, Hunger und alles. Also, er hat auf jeden Fall Hunger. Wir haben hier, ähm, nicht zu essen im Gehege anscheinend. Und Enrichment ist, ähm, oh, Food. Okay. As you can see, it looks like our previous Parkmanager took the Americas job and ran without much consideration for the animals he left behind. Okay, wir müssen im Baumenü hier eine Futterstation aufbauen. Add feeding through to the exhibit. Add enrichment for... Okay, wo kann man hier bauen? Hier unten, oder was? Animal Care. Flat Feeder. Jawohl, das dürfte das doch sein. Das können wir auch drehen mit Z und X. Das ist ein bisschen ungewohnt, die Steuerung. Ich mach das mal einfach mal hier so mittig vom Gehege. Oder am besten hier so, ne? Am Aussichtspunkt. Und ein Enrichment. Was ist ein Enrichment? Frozen Food Block. Ah, okay. Ah, das sind wahrscheinlich so Unterhaltungsgegenstände. Zack, machen wir mal hier so. Great work, getting the dryasaur paddock up and running again. The board and I really appreciate you stepping up to get this place back on track. Okay. Small Dino Breeding Startup. Okay, es gibt hier auch eine Brutstation für Dinosaurier, wie es auch in dem Konkurrenzspiel gibt. Locate the Market Construction Site. Wo ist die Construction Site? Construction Site. Keine Ahnung. Das werden wahrscheinlich so Verwaltungsgebäude sein. Ist das das hier? Das wird so blau markiert? Jawohl. Next we're going to get ready for a new attraction. Also das ist hier anscheinend schon ein Gehege, beziehungsweise so eine Brutstation. Ich weiß nicht, ob man vielleicht eine Windturbine... Okay, eine Windturbine müssen wir bauen. Wie bauen wir das? Hier unten wahrscheinlich wieder? Genau. Parkinfrastruktur. Wahrscheinlich für Strom, ne? Genau. Also auch wieder ähnlich wie bei Jurassic World Evolution. Müssen wir hier auch um die Stromversorgung uns kümmern. Dann bauen wir hier mal so eine Windturbine hin. Next up, I'd like you to build an animal nursery in that area there. Okay, dann brauchen wir noch ein Tier... Ja, Pflegestation. Large, large. Nehmen wir mal hier Large 1. Oh, oh, das ist aber sehr groß. Das ist aber jetzt kein Gehege anscheinend, ne? Können wir das einfach hier so hinklatschen? Ich will mal gucken, wo ist denn hier die Eingangstür? Ah, hier. Okay. Das Drehen ist ein bisschen doof mit der Steuerung, aber ich platziere jetzt einfach mal diese Station hier so. Nice job! Select the nursery and open the genetics lab from the pop-up menu. Das ist doch nicht die Eingangstür. Die Eingangstür ist, äh... Oh, shit. Okay, ist ja nicht schlimm. So, open the nursery... Ist das hier das nursery-Menü? Wo ist das nursery-Menü? Nursery-Menü? Äh, hier vielleicht irgendwo. Ah, hier, open nursery-Menü. Ah, okay, hier können wir Dinosaurier zischten. Okay, dann klicken wir einmal auf den Torvosaurus. Okay, wir können hier jetzt unsere neuen Dinosaurier züchten. Wir sehen noch, was ich ganz cool finde. Den Vergleich, wie groß der ist zu einem Menschen. Finde ich ja einmal ganz cool. Ähm, hier haben wir auch so die, ähm, Erwartungszeitung von Dinosaurier. Also, die Größe des Geheges, ähm, Crowding, weiß ich jetzt nicht, was das ist, Temperatur, äh, die Gehegesicherheit oder die Zaunstärke, ähm, was für Biome der benötigt. Der hat hier Desert, also eine Wüstenbiom, Forest, ein bisschen, ein bisschen Wasser. Er will Fleisch essen als, ähm, Nahrung. Und wir können hier sogar die Appearance, also das Aussehen lernen. Wir können sagen, ich möchte hier eine Frau, ein Weibchen, äh, züchten, ein Männchen. Ich kann das Alter bestimmen auch. Ähm, wahrscheinlich kann man mit der Zeit auch ein bisschen mehr bestimmen. Amount, das ist die Menge, also ich kann auch mehr auf einmal. Ich würde sagen, wir lassen mal ein männliches Tier im Alter von 20. Und, genau, man kann auch mehr forschen anscheinend. Wahrscheinlich auch wirklich das Aussehen hier bestimmen. Hier gibt es auch, ah, okay. Did you notice the species name changing? Some animals, like the Torvosaurus, have a handful of species to pick from. Auch geil. Changing their needs, size, appearance and even star rating. Ich würde sagen, ich nehme mal dieses Volcanic Skin, ähm, er gibt mir drei Sterne, dieser Torvosaurus. Wir lassen das erstmal so und drücke jetzt auf Create Made Torvosaurus. Okay, also wir müssen jetzt ein Gehege bauen und müssen hier auch die, ähm, ja, das, das, den richtigen Zaun auswählen. Ich weiß nicht, haben wir hier, genau, wir haben hier einmal eine Steinmauer. Wir haben hier so ein, einfach so ein Metallzaun. Das ist nicht so streng. Hier streng vier Sterne sogar. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht, Wood wahrscheinlich eher nicht. Das ist nicht so streng. Ich würde sagen, für diesen Torvosaurus reicht so ein Metallzaun, oder? Strengths drei Sterne. Die Frage ist, wie viele Sterne braucht denn der? Kann man sich das irgendwie einsehen? Nee, ne? Können wir das hier irgendwie verknüpfen? Ah, nee, hier müssen wir es bauen. Okay. Ah, okay. Wir müssen diesen Dinosaurier dann also aus der Brutstation hier hin verfrachten. Dann, ähm, knüpfen wir das hier mal an. Es ist halt klassisch Aufbau. Wir können das hier alles miteinander verbinden. Ah, okay. Wir können nicht weiterziehen. Ist ein bisschen doof. Zack. Und dann gehen wir. Also ich hoffe, es leckt nicht allzu sehr bei euch. Das Spiel ist, wie gesagt, noch im Early-Exit-Status. Ein genaues Release-Datum für die Vollversion gibt es noch nicht wirklich. Ähm, Early-Exit-Status ist immer so ein Thema. Kann man mögen, kann man hassen. Ist halt so. Es sieht, wie es Zeit ist, die Spezimien zu verlassen. Okay. So, dann können wir den Torvosaurus auswählen und ihn releasen. Einmal hier bitte. Wunderstation ist schon drin. Sehr gut. Aber natürlich wird es immer noch ein properer Umgebung brauchen. Something, um es zu Hause zu fühlen. Okay, also wir sollen jetzt das Gehege so ein bisschen bearbeiten für unseren Saurier. Mal schauen. Ähm, wir gehen jetzt mehr auf Animal Care. Und genau, einen Shader braucht er. Das heißt, um sich so ein bisschen zu verschanzen. So einen Rückzugsort. Den bauen wir mal so ein bisschen in der Ecke. Weil er sich da wirklich zurückziehen soll und nicht gesehen werden darf. Machen wir das mal hier hinten. Zack. Ein Shader. Dann brauchen wir noch Miet. Miet ist eigentlich schon hier, aber eventuell... Huch. Ah, Terraforming wahrscheinlich erst mal. So, dann machen wir es mal Terraforming. So, was braucht er denn? Place a Shader haben wir Miet. Okay. Raised Terrain. Ah, okay. Also wir müssen... Ähm... Wasser auf jeden Fall. Colmwater, Roughwater und mal die... Wir machen mal ruhiges Gewässer. Machen wir das mal so mittig. Ja, sollte ausreichen. Ist jetzt nicht so ganz berauschend hier mit den Dingern im Wasser. Aber es ist nicht weiter wirkt. Miet. Torvusaurus Foliage Requirements. Okay. So, das haben wir. So, jetzt müssen wir einmal gucken, was er noch benötigt. Hunger. Ja, Habitat. Habitat. Nature. Okay, der braucht bestimmt ein paar... Bäume. Kann man das hier auswählen? Die Bäume hier wahrscheinlich, ne? Vegetation. Ich wähle mal hier aus... Oh, ja. Was braucht er denn? Was braucht er denn? Irgendwas für Desert, ne? Genau. Hier kann man noch auswählen. Er hatte... Das haben wir vorhin gesehen. Im Desert wohnt. Ah, können wir gar nicht auswählen. Dann müssen wir... Was machen wir denn dann? Kann man sich das hier irgendwo noch anschauen? Ah, okay. Er braucht doch hier Scrubland-Bäume. Und das eher nicht. Temperate ist rot. Also Scrubland-Bäume brauchen wir auf jeden Fall. Dann gehen wir mal hier wieder auf Scrubland und... Ähm, ja. Wählen hier einfach mal ein paar aus, ne? Das ist alles Scrubland. Wir platzieren hier mal... Okay, man kann es nicht individuell platzieren. Ich weiß nicht, ob man die Größe des... Doch, kann man hier auch einstellen. Machen wir das mal ein bisschen kleiner. Da, okay. Ein paar andere Bäume auch. Also ein paar... Ah, man kann... Ah! Man kann mehrere auf einmal auswählen. Das ist auch eigentlich ganz nice. Aha! Okay. Cool. Wunderbarer Job! Wenn der Torvosaurus schreit, würde ich glaube, es würde. Okay, wir können also das Gesamt... Die Gesamtbewertung des Geheges uns anschauen. Wenn wir hier einmal den Eingang... Einmal auswählen. Wo ist denn der Eingang? Ah, okay. Okay, wir sehen also die Gesamtbewertung des Geheges. Das sieht eigentlich schon ganz gut aus. Nur die... Ah, ich kann nicht mehr draufklicken. Die Sichtbarkeit des Sauriers ist nicht so optimal. Das war so ein bisschen schlecht bewertet. Das können wir aber optimieren, indem wir hier so eine... Ja, Ferngläser platzieren auf diese Aussichtsplattform. Das machen wir hier auf... Ja, Gäste-Einrichtungen. Hier gibt es nämlich solche Ferngläser. Schade, dass sich das hier nicht verknüpft. Das müssen wir jetzt selbstständig drehen. Ist auch ein bisschen doof. Wie kann ich das denn hier oben platzieren? Ich komme hier gar nicht oben... Ah, Hotsch... Ah, okay. Aber das ist natürlich doof, ne? Also, ich hätte schon gerne, dass sich das so ein bisschen verknüpft am Boden. Aber... Gut, dann machen wir das mal so. Dann müssen wir halt so ein bisschen drauf achten. Ist natürlich für die kreativen Leute sehr cool, wenn man das wirklich so detailliert machen kann. Für Leute wie mich, die es eher als Rast-Einrast-Funktion haben möchten, ist das natürlich nicht so schick. Aber gut, lass mal erstmal so. Mit Binokulieren können die Gäste sich sehr viel weiter in ein Exhibit sehen. Genau, das ist ein nächster Punkt. Wir müssen natürlich auch Kiosk, Nahrungsstationen, Nahrungsgebäude, Getränkegebäude für unsere Gäste auch bauen. Weil deren Bedürfnisse müssen wir natürlich auch erfüllen. Place and Nutrition Kiosk. So, das ist einmal hier. Machen wir das mal hier. Ist auch ein schöner Platz für so ein Kiosk. Und da haben wir auch schon diesen Unterschied zwischen Great Story Kingdom und Jurassic World Evolution. Nämlich schon allein diese ganzen Möglichkeiten, diese Sichtgebäude zu bauen, diese einzelnen Ferngläser. Da wird es bestimmt noch mehr Objekte geben. Bei Jurassic World Evolution gibt es nur einen Aussichtspunkt, Stationen. Und das war es schon. Hier kann man diesen Aussichtspunkt wahrscheinlich irgendwie individuell gestalten. Mit Ferngläsern und so weiter. Und dann gibt es hier noch so ein Kiosk. Also das ist wirklich, ich sag mal so Management Funktion ist hier schon, man sieht, ist hier auf jeden Fall schon ein bisschen mehr möglich. So, ich baue diesen Kiosk mal hier hin. Ich brauche wahrscheinlich einen Mitarbeiter, ne? Okay, Place and Animals Statue wahrscheinlich für Entertainment. Okay, für Szenerie, also wahrscheinlich eher so für Dekoration. Auch schick, ne? Die bauen wir mal hier so hinten hin. Ich denke mal, das kommt ganz cool. Okay, wir müssen irgendeinen Part connecten. Wie macht man das? Hier, Pass. Ah, okay, einfach nur Wege. Ah, okay, es gibt keine Wege. Okay, okay, okay. Hier haben wir einen Steinweg. Zack, zack. Das war easy. Geh mal an das. Die Parkstar-Rating hat erhöht. Dann klicken wir mal auf unser Parkmanagement. Genau, Open the Management-Dashboard. Um mal zu schauen, wie es hier aussieht. Ich habe nicht die Gäste-Satisfaction-Nummern so hoch gesehen. In einem langen Zeit. Du bist ein natürlicher. Okay, wir sehen, hier gibt es schon sehr, sehr viele Management-Optionen. Ich weiß nicht, ob es bei Jurassic World auch war, dass man hier den Preis eingehen konnte. Für Kinder, sowohl auch für Erwachsene. Man kann hier den Preis erhöhen. Aktuell 1000 Dollar pro Eintritt. Ticket-Satisfaction. Weiß ich jetzt nicht, was es ist. Man kann den Park umbenennen. Man kann es schließen. Man kann es hier auf gelb setzen. Was ist gelb? Ich weiß es nicht. Hier sehen wir auch die, ja, die Schönheit, die Sauberkeit, Essen. Man hat wirklich alles auf einen Blick, was ich ziemlich cool finde. Man sieht hier die Gradzahl und die, ja, die, das Wetter. Also es gibt schon einiges, was man hier sehen kann. So, wir müssen jetzt erstmal die, genau, die Tierübersicht einmal öffnen. Ne, das ist wahrscheinlich der hier. Wie ich erwähnt habe, ist jeder in dem Park, scheint, dass es gut geht. Okay, also wir sollen jetzt noch einen kleinen Saurier anscheinend züchten. Hier so einen Mammut, habe ich das jetzt richtig gelesen? Ähm, so, ähm, aber wir sehen, es ist alle grün. Das sieht schon mal sehr gut aus. Dann gehen wir nochmal zurück ins Hauptmenü. Ding up the path. Use the world map in the, äh, ach so. Wir müssen erstmal, ähm, Expedition starten anscheinend. Wie bei Jurassic World. Das machen wir im World Map, Management Dashboard. Hier wahrscheinlich. Exavations, okay. Und hier müssen, ah, okay. Also, wir sehen es, das ist wirklich eins zu eins Jurassic World. Hier haben wir dann unterschiedliche Länder, Kontinente, wo wir dann Dinosaurier, ähm, ja, forschen oder, oder, ähm, suchen können. Oder Fossilien von Dinosauriern, die wir dann wahrscheinlich auch irgendwie zusammenbasteln können. So, hier haben wir jetzt einmal den Mammutus in Russland. In Sibirien, wurde ja eben gesagt. Dann besuchen wir diesen Ort mal. Ah, okay. Wir können ja auch sogar unterschiedliche Skins durchsuchen. Oder sind das nur die Möglichkeiten? Ne, wir können es, ah, doch, wir können es, äh, äh, wenn wir gedrückt halten. Wir machen mal diesen dunklen hier. Ah, okay. Sehr nice. Wir gehen zurück zur Nurserie und gehen an diesen Mammutus. Äh, open nursery menu. Haben wir diesen Mammutus? Ah, den haben wir schon. Okay, das ging aber fix. Dann wählen wir den mal aus. Skin müssten wir ja eigentlich den dunklen hier haben. Sehr schön. Ähm, wir machen mal diesmal ein Female. Amount machen wir mal eins. Age können wir nicht ändern. Ähm, ja, Essen braucht eher Pflanzen und Früchte. Biome ist, äh, Boreal. Forest wenig. Wasser jetzt auch nicht allzu viel. Und Temperatur hatten wir doch auch irgendwo, ne? Er bringt uns aber fünf Sterne. Also wir sehen aber auch hier schon, es gibt nicht nur Dinosaurer, es gibt auch tatsächlich so Mammuts, wahrscheinlich auch Säbelzahntiger. Also wirklich nicht nur auf Dinosaurer spezifiert, ähm, spezifiert, sondern auch auf spezifiert. Was labere ich denn da? Spezialisiert. Sondern auch wirklich auf allgemein, ähm, ja, ausgestorbene Tierarten. Da bin ich echt mal gespannt, was es da alles geben wird. Ich mach mal jetzt hier auf Create Female Mammutus. So. Der Mammut ist fertig. Wir klicken den mal an. Aber wir müssen wahrscheinlich erst ein Gehege bauen, ne? Okay, also es gibt anscheinend schon ein Habitat. A Harrytask. Make sure the paddock is stocked. Okay. Set feeders to habiva and... Okay, zu welchem denn jetzt? Ist das der hier? Ja, ne? Das ist schon, das ist schon das Gehege. Aber hier passt das, äh, Essen nicht. Das müssen wir wahrscheinlich löschen. Müssen wir hier eventuell das ändern? Edit Group? Nein, also wir können auch Gruppen anlegen. Auch ziemlich cool. Ne, hier können wir tatsächlich nichts machen. Flat Feeder. Ah, okay. Okay, Flat Feeder, wir können hier von Meat auf Fruit gehen. Und den anderen... Ah, okay, okay. Also das ist ganz cool. Wir können die Futterstation anpassen. Exit Group. So. Und den machen wir mal von... Meat auf... Was hatten wir? Machen wir Vegetation. Ah, okay, okay. Sehr geil. So, wir müssen jetzt, ähm... Auch so ein bisschen, ähm... Die Sauberkeit der Gehege, ähm... Darauf achten. Select the... Exit and clean is done. Irgendwas hier ist, ähm... Verschmutzt, irgendein Habit. Aber welches denn jetzt? Ich hab keine Ahnung. Beim... Removing all done. Was ist done? Ah, 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 done ist hier so dieser Code. Wie können wir das denn removeen? Okay. Clean... Ah, okay. Das kostet aber was. 100 60. Ähm... Ja. Ah, okay. Okay, es gibt also doch Personal. Ähm... Habe ich jetzt so nicht gesehen. Place Dung Beetle Ness. Ne, was? Dung Beetle Ness? Ach, nein. Okay, das sind einfach nur so, ähm... Ähm... Ja, Scheiß-Stationen für Tiere. So nenne ich es jetzt einfach mal. Ich denke, das ist genau so. Der Paddock sieht cool. Entschuldigung. Äh, was? Und alles scheint, in tip-top-Kondition zu sein. Jetzt, wenn Sie nicht mehr interessieren, die Ehre zu machen. Ähm... Ähm... Ich glaube, wir sind für ein paar Reifungen. Ähm... Hab ich das jetzt richtig verstanden? Das sind irgendwelche... Tiere, die... 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 die den Code aufsammeln? Hä? Kakerlaten, die den Code wegmachen, oder was? Was ist das denn? Okay, gibt es denn kein Personal, die das machen? Keine Ahnung. Wir müssen auf jeden Fall die Tiere hier auswählen. Und hier platzieren. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, nice. Wir haben das Tutorial durchgespielt. Wir könnten jetzt hier weitermachen, aber wir machen mal einen neuen Park. Ähm... Was ich schade finde, es gibt kein Personal. Äh... Unser Personal sind die Kakerlaken, die die Scheiße aufsammeln, statt, ähm... Reinigungspersonal. Es ist noch early access. Es kann natürlich sein, dass, ähm... Personal noch in nachträglichen Spielen hinzugefügt wird, was ich natürlich sehr begrüßen würde. Gerade hier auch so... Ich weiß halt nicht, gibt es Mülleimer? Machen die Gäste auch Dreck? Keine Ahnung. Schauen wir uns mal die Gäste an. Ähm... Joa... Also grafisch, äh... die Gäste und Animation, habe ich ja schon erwähnt, kommt erstmal nicht an Jurassic World Evolution ran. Ist alles noch early access. Ich würde sagen, drück auf Escape, gehen zurück zum Main Menü und dann starten wir mal ein neues Spiel. So, create new game. Ähm... Wir können hier zwischen drei verschiedenen Orten wählen. Einmal, ähm... Ja, England oder, ähm... United Kingdom. Hier ist die Temperatur... Äh... Das ist, glaube ich, so boreal oder so gemäßigt. Das ist wahrscheinlich eher tropikal, genau. Und das ist Scrub Land. Ähm... Was nehmen wir denn? Wir nehmen mal was tropikal... Äh... Tropikalische... Tropikalisches? Keine Ahnung. Ähm... Das ist hier Costa Rica. Challenge Mode. Hier gibt es, äh... Auch verschiedene Schwierigkeitsstufen. Sandbox wahrscheinlich wieder ohne Geld. Äh... Einfach nur, dass man sich, äh... Frei ausleben kann. Wir machen mal... Ähm... Ja, easy. Conditions, Money gibt's genug. Ähm... Science Points, wahrscheinlich Forschungspunkte. Äh... Und wie viel Stürme es gibt? Es gibt auch Stürme anscheinend. Bei easy gibt es null pro Jahr. Und es gibt, äh... Starttiere. Wir machen mal Medium, äh... Beziehungsweise normal. Und drücken hier einfach mal auf Start Challenge Game. Unsere Starttiere ist hier... Ich glaub, das ist so ein Styrakosaure oder Triceratops. Keine Ahnung. Wir können es hier auch ändern. Okay, das sind nur die Skins, die sich hier anscheinend ändern. Wir lassen mal diese Auswahl hier. Und drücken mal auf Start. So, das ist unser Park, wo noch nichts ist. Ich hab keine Ahnung, wie wir starten müssen. Ich, äh... Mache mal hier auf... Wahrscheinlich erstmal Parkinfrastruktur. Wir müssen irgendwie einen Eingangsbereich bauen. Wenn es denn einen Eingangsbereich gibt. Keine Ahnung. So, Animal Nursery. Hier machen wir... Beziehungsweise züchten wir die Saurier. Hier haben wir... Auch nochmal ein... Ah... Ah, okay. Hier kann man... Okay, das sieht aus... Ah ne, das sieht aus wie eine ganz kleine Zuchtstation. Die nur 500... Oder? Oder kann man... Ah, das sind Module. Man kann hier selbst bauen. Das ist doch mal was Feines. Ich will mal nur ganz kurz schauen. Ah, okay. Wir können die Animal Nursery selbst gestalten. Aha, okay. Die Frage ist, wo sind denn die anderen Module? Sowas wie Tor und sowas. Keine Ahnung. Ich, äh... Lösche das hier aber mal wieder raus. Ähm... So. Was brauchen wir denn? Wir brauchen... Irgendeinen Eingangsbereich. Bastion. Es gibt viele Module. Das finde ich eigentlich ganz cool. Man kann sich also so diese Gebäude so ein bisschen selber gestalten. Wir sehen auch hier Styling Toolbox und so weiter. Und hier gibt es natürlich auch vorgefertigte Gebäude. Wir machen mal das als Eingangsbereich. Wir gehen mal hier auf Wege. Machen einen Steinweg. Und fangen von hier an. Ich habe keine Ahnung, wie die Gäste reinkommen. Wir bauen mal hier so ein paar... Ja, für die Gäste erstmal sowas, ne? Natürlich hier machen wir mal was zum Futtern. Hier so ein Toilette. Können wir das auch drehen? Ja. Machen wir das mal so. Ich finde das immer ganz schick, wenn das so außerhalb vom Weg ist. Ähm, wir bauen mal erstmal... Machen wir mal so einen etwas anderen Weg. Basic Hexagon. Können wir das so machen. Das sieht doch ganz cool aus. Ich will mir jetzt nicht zu viel... Man kann sich in solchen Spielen natürlich totbauen. Von der Zeit her. Ich will natürlich ein bisschen was zeigen. Deshalb mache ich das mal nicht zu schick alles. Hier so ein Bathroom. Ein kleines. Ein großes war das. Ähm, Kiosk Bronto Burger. Bauen wir mal hier so hin. Kiosk Sweet Tooth. Das ist wahrscheinlich mit Süßigkeiten. Oh, das ist auch schon mit so einem kleinen Tisch. Das ist doch ganz schick. Naja, sieht jetzt nicht so schick aus, weil da dieser graue Weg ist. Wir lassen es erstmal so. Machen wir mal hier so einen Fastfood Kiosk. Was auch cool wäre, wenn es dann hier irgendwann solche Restaurants auch gibt. Das wäre auch natürlich ganz nice. Machen wir mal so. Das ist natürlich schade. Ach, Scheiße. Man kann hier das Material ändern. Okay, das hätte ich mal vorsehen sollen. Okay. Ah, hier ist ein großes. Ah, da kommen wir doch der Sache näher. Das bauen wir doch auch mal glatt hier hin. Ah, hier ist der Eingangsbereich. Okay. So, hier machen wir das Material. Ah, wir können hier im... Alter Schwede. Man kann hier echt viel einstellen, ne? Wir machen hier mal dieses Material für... Ja, oder machen wir hier aus Stein. Dann passt das... Passt sich das so ein bisschen dem Weg an. Geil. Ah, okay. Wir haben keinen Strom. Okay, okay, okay. Ich würde sagen, dass... Ah, hier ist der Eintritt. Aha, okay. Hier ist der Eintritt. Okay. Das hätten wir vielleicht eher sehen sollen. So, das ist der Eingang. Da brauchen wir auf jeden Fall Strom. Ich würde sagen, mehr machen wir erstmal nicht. Wobei, es gibt viele Shops. Es gibt echt coole Sachen. Also, das ist wirklich cool, ne? Also, das finde ich dann schon wieder sehr, sehr nice. Wir machen einen Souvenir-Shop auf jeden Fall noch. Und dann soll es erstmal reichen. Dann gucken wir, ob wir den ersten Saurier hier züchten können. Ich weiß immer nicht, wo der Eingang ist. Zack. So. Apart or Perial. So, sollte erstmal ausreichen. Es gibt noch sehr viele Sachen. Aber wir warten erstmal. Hier gibt es auch Bänke und alles. Hammergeil. Mülleimer gibt es sogar auch. Okay. Aber leider kein Personal, der diese Mülleimer ausleert. Ähm. Gut. Wir machen mal auf jeden Fall so ein paar Bänke. Ja, ich hätte natürlich gerne, dass sich das einrastet. Aber das ist dann ein bisschen... Gut. Das gibt es in anderen Spielen auch nicht. Machen wir hier einfach mal eine Bank hin. Wir kriegen aktuell eh nicht so viele Gäste. Wir müssen auch ein bisschen auf unser Geld aufpassen. Was wir jetzt auf jeden Fall brauchen, ist natürlich so Elektrizität. Haben wir hier oben. Äh. Ja. Machen wir einfach eine Windturbine. Die Frage, was für ein Bereich... Wir machen mal hier eine Windturbine. Hier eine. Und hier erstmal eine. Brauchen wir noch mehr Power oder was? Brauchen wir mehr Windturbinen? Wir machen mal... Guck mal, wir können jetzt hier sogar Licht anmachen. Wenn es dunkel wird. Wir machen mal hier mal kurz eine Windturbine. Irgendwie verstehe ich das mit den Windturbinen nicht. Ah, okay, okay. Jetzt verstehe ich es. Wir könnten sowas hier auch bauen. Das ist ein bisschen günstiger. Aber das generiert weniger Strom. Ich würde sagen, wir bauen jetzt erstmal so eine Nursery. Machen wir mal eine kleine. Ja, es gibt nur große. Wo ist hier schon wieder der Eingang? Ich habe keine Ahnung immer, wo der Eingang ist. Ich glaube... Hier, ne? Machen wir das mal hier so ein bisschen... Bisschen abseits von den Gästen. Zack. Brauchen wir hier auch einen Weg. Alter, was? Okay. Okay, das mit dem Strom machen wir erstmal im Nachhinein. Was könnten wir denn erstmal für einen Saurier craften? Ähm... So, wir haben hier so einen Driosaurus. So einen Pflanzenfresser. Ähm... Wer bringt denn gute Sterne? Der bringt einen Stern, zwei Sterne, einen Stern. Dann nehmen wir doch mal den. Der wird wahrscheinlich ein bisschen teurer sein. Wildberry. Okay. Ähm... Wildbären-Skin. Auch gut. So, er braucht Pflanzen, Erdbiom, Tropical und Wetland. Trockenland, ein bisschen Wald auf jeden Fall. Wasser auch. Und... Fan-Security, Streng. Okay. Bis zu einem Meter. Wir machen mal zwei männliche erstmal. Alter bleibt 20. Und dann würde ich sagen, gehen wir hier auf Crate 2. So. Ähm... Strengs... Ja, ich glaube... Glas, Stein. Okay, wir haben Stein, Metal... Ein Meter... Also mindestens ein Meter muss der sein. Wir machen mal den hier. Der sollte ausreichen. Ich hoffe, der reicht aus, ne? Nicht, wenn der dagegen kracht. Oder wollen wir einen aus Stein machen? Den aus Glas? Der aus Glas wäre eigentlich auch nicht schlecht, ne? Wir machen mal den aus Glas... Hier so hin. Eins. Zwei. Und dann machen wir aus Stein weiter. Es wird jetzt ein bisschen dunkel. Ich mach mal hier das Licht an. Das finde ich eigentlich auch ganz cool. Machen wir das mal aus den Windturbinen. Ich weiß nicht, wie groß diese Gehege sein müssen. Wir machen es jetzt erstmal so ein bisschen groß. Und hier machen wir auch wieder aus Glas. So, wo ist es hier denn geendet? Ach du Scheiße. Okay, das sehen wir jetzt hier sehr schwer. So. Zack. Und dann schließt man hier einmal ab. Wenn es zu klein ist, dann ist es jetzt erstmal so. Und dann können wir hier den Weg nämlich weiter bauen. Dass die hier auch gucken können. Wollen wir die hier erstmal platzieren? Select all. Place. Zack. Okay. Also. Können wir hier auch auf Stop drücken, um erstmal das Gehege zu bauen. Wir schauen mal erstmal. Wow. Oh. Nigel wieder. Okay, er hat uns ein bisschen was über den Dinosaurier erklärt. Hokey heißt der Ganze hier. So. Welfare ist hier Heels. Ich weiß nicht, warum Welfare jetzt 5% ist. Wahrscheinlich so das Gesamtgefüge. An Enrichment. Frozen Foot Block. Erstmal. Oder wir machen erstmal das Terrain. Ähm. Check Habitat Needs. So. Er braucht auf jeden Fall ein paar tropikalische Pflanzen. Aber ich würde gerne erstmal das Terrain. Forest. Okay. Ja. Ist ein bisschen, äh. Size ist gut auf jeden Fall. Das ist schon mal sehr gut. Haben wir ein bisschen zu viel. Wir haben hier 13,5 Quadratmeter und er braucht nur 5000. Also wir haben das ein bisschen zu gut. Das ist sowieso mein Problem. Ich mache immer das Gehege mal viel zu groß. Na gut. Wir machen erstmal hier so ein paar von denen. Ein paar von denen. Wir können ja mischen. Das finde ich ja ganz cool. So. Machen wir mal. Ja. Okay. Das Licht bringt jetzt auch nicht so viel. So. Forest sollte ausreichen. Dann braucht er auf jeden Fall ein bisschen Water. So. Wasser haben wir hier. Machen wir auch wieder ruhiges Gewässer. Dann machen wir so ein bisschen nur. Machen wir das auch wieder so mittig. So ein Fluss wäre natürlich auch ganz cool. Der dann in ein anderes Gehege mündet. So. Wasser sollte jetzt erstmal ausreichen. Housing. Also er braucht kein Shelter anscheinend. Weil er trotzdem 100% hat. Ähm. Plant-Biums haben wir auf jeden Fall genug. Aber wir haben hier ein paar Tree Removal. Wollen wir lieber erstmal alle Trees removen. Weil er hat so ein paar Bäume, die ihm nicht gefallen anscheinend. Zack, zack, zack. So. Ah. Das wird jetzt ein bisschen zu viel. Machen wir mal hier so diese kleinen ein bisschen. Sehr gut. Dann ist hier alles grün. Das gefällt mir. Wo kann man hier sein Futter sich anschauen? Oder ist der hier diese Pflanzen? Ich habe keine Ahnung. Frozen Foot Block. Das machen wir mal hier so am. Zwei Stück am Glas. Dass die Gäste auch mal schauen können. So. Dann brauchen wir Foots. Ne. Das haben wir in Richmond. Social. Da hat er einen Kollegen. Das sollte ausreichen. Und Hunger. Flat Feeder. Tall Feeder. Tall Feeder nicht. Hier gehen wir mal auf Flat Feeder. Machen wir auch mal hier ein. Zack. Und hier ein. Zack. Die Frage ist jetzt. Ähm. Was muss hier rein? Ähm. Ich glaube da musste. Fruit ne? Kommt Fruit rein? Ne. Vegetation glaube ich ne? Wo kann man denn nochmal schauen. Was der mampft? Können wir das hier nicht öffnen? So. Er ist Plants. Also doch Vegetation. Dann passt das doch wohl mit den Dingern. Nochmal kurz prüfen ob hier auch das richtige ist. Vegetation. Sehr schön. Quality können wir auch einstellen. Sehr geil. Send Keeper to Refill. Also es gibt doch Keeper. Die Frage ist. Wo sind die? Wobei das ist ausgegrauzt. Kann sein dass es in dieser Version des Spiels noch nicht gibt. Mal schauen ob sich das hier automatisch immer füllt. Das wissen wir noch nicht. So. Was wir jetzt machen ist hier natürlich so ein Aussichtspunkt. Frage ist was für ein Attractions. Ja. Viewing Plattform. Tropical. Das passt doch ganz gut. Zack. Und dann bauen wir hier so. Das ist aus Holz der Weg. Dann machen wir den auch gleich aus Holz. Wood. Sehr geil. Zack. Ja passt doch. Wollen wir da noch einen hinbauen? Was gibt es denn noch so Viewing Airways? Hier gibt es noch so einen großen. Ah. Wo man so ein bisschen auf erhöhter Position schauen kann. Auch ganz cool. Ist das auch tropikanisch? Ne modern. Modern. Tower Tropical. Das ist doch mal was ganz Nices. Passt eigentlich nicht so für dieses Gehege. Weil das niedrige Dinosaurier sind. Ich würde sagen wir lassen es erstmal so. Wir können ja auf dem Fenster auch mal schauen. Wir sehen. 370 Punkte ist schon sehr gut. Die Visibility ist sehr gut. Also wir brauchen da nichts weiter bauen. Bonus Penalties gibt es keine. Sehr gut. Das heißt. Wir können das erstmal so lassen. Und was wir hier auf jeden Fall machen müssen. Ist Strom. Ah ok. Dadurch dass wir hier wahrscheinlich eine Windturbine haben. Reicht das jetzt wieder mit dem Strom. Das heißt. Wir haben unser erster Gehege fertiggestellt. Was natürlich doof ist. Ist ziemlich groß. Ich bin am überlegen. Hier vielleicht noch einen Saurier reinzupacken. Wir gehen mal nochmal in die Nursery Station. Und gucken ob wir hier einen weiteren Saurier. Vielleicht den hier. Weil er hier auch in dem selben Bereich ist. Er braucht Insekten noch zusätzlich. Frage ist. Kommen die miteinander klar? Oder doch lieber den hier? Wir nehmen ja doch lieber den hier. Weil bei dem anderen müsste ich Insekten noch hinzubauen. Und der braucht keine Insekten. Weiß ich wieso die hier alle. Das sind wahrscheinlich dieselben. Doch wir machen die. Weil das wahrscheinlich dieselben Arten ist. Wir machen mal den hier. Da machen wir auch mal Male. Zwei Stück. Skin haben wir keinen weiteren. Machen wir hier zwei. Und ich würde sagen. Wir machen von dem Triceratops nochmal. Zwei Females. Weil wir da ja zwei Males haben. Dann machen wir hier zwei Females nochmal. Ich würde das hier gerne abbrechen. Aber das geht leider nicht mehr. So. Die können wir hier auf jeden Fall schon mal releasen. Eins. Zwei. Drei. Vier. So. Haben wir noch welche? Ja gut. Dann machen wir die Männlichen da halt auch nochmal rein. Was ich ein bisschen schade finde. Dass man hier in diese Nursery Station nicht schneller reinkommt. Können wir nicht irgendwie mit so einem Hotkey da reinkommen? Wir müssen immer hier in dieses Gebäude klicken. Also. Ich kenne mittlerweile kein anderes. So. Select all. Und dann kommen die restlichen auch rein. Die Frage ist jetzt. Wir müssen ein paar Insekten noch bauen. Äh. Insekten bauen. Hier so so ein. Futterstation für Insekten. Kann man hier auch. Ich guck mal ob ich hier vielleicht noch einen hinbauen kann. Eins. Zwei. Warum können wir das hier nicht ändern? Ah. Weil es. Ah. Wir können den splitten. Wir machen mal Split from Group. Okay. Geht nicht. Redfeeder. Es gibt noch keine. Was? Wieso können wir hier keine Insekten? Ne. Wir können keine Insekten auswählen. Ist das vielleicht weil es im Early-Excel-Status ist? Ich habe keine Ahnung. Aber zumindest können die Pflanzen futtern. Die brauchen Pflanzen und Insekten. Also von daher sollte das erstmal passen. Ja also wir sehen Animationen und so wenn es detailliert geht sieht es ein bisschen hässlich aus. Aber okay. Sollte passen. Ihm geht es jetzt nicht so gut weil er so ein paar. Ja okay er mag keine tropischen Pflanzen und auch nicht diese gemäßigten. Aber es geht ihm hier einigermaßen trotzdem ganz gut. Sollte ausreichen. Ich guck mal auf die Gesamtbewertung. Ob die jetzt. Oh zweiter. Fast 3000 ist sogar mehr geworden. Sehr geil. Lassen wir erstmal so. Wie kommen die Gäste rein? Müssen wir hier irgendwie. Ah wir müssen wahrscheinlich. Parkmanager. Play Store Kingdom. Lassen wir an. Ist schon open. Ähm. Preis machen wir mal. Können wir nicht ändern. Bleibt bei 1000. Ist okay. Ah es sind schon Gäste drin. 71 Gäste. Okay. Passt. Profit ist natürlich erstmal Minus. Weil wir nicht viele Gäste haben. Und viel gebaut haben. Aber es ist sauber. Landway ist halt nicht sehr schick. Wir können mal gucken in den Expeditionen. Cetacosaurus haben wir schon fertig. Die haben wir fertig. Hier können wir mal gucken. Wir könnten hier einen Parasaurolophus fangen. Wäre natürlich ganz cool. Hier gibt es einen Brachiosaurus. Auch geil. Torvosaurus. Ich glaube wir holen uns mal so einen Brachiosaurus. Oh kostet 10.000. Ah okay. Können wir noch nicht. Dafür brauchen wir Park. Also wir können die Saure erst fangen. Ich weiß nicht ob man die Saure fangt. Oder die Knochen. Die Fossilien. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir die Saure ja sofort. Können wir aber erst wenn unsere Parkbewertung steigt. Also die Expedition. Also die Saure die man fangen kann. Richtet sich nach der Parkbewertung. So ist das also. Das heißt wir können diese großen Saure noch leider noch gar nicht fangen. Weil uns da einfach die Parkbewertung fehlt. Das heißt wir müssen abwarten. Bis die Parkbewertung steigt. Das wird sie mittlerweile hoffentlich. Also was ich mich wundere. Es gibt ja halt kein Personal. Ist das normal oder? Hier ist Nutrition. Hier kann man so ein bisschen das Aussehen ändern. Was ich wie gesagt sehr sehr cool finde. Allerdings. Ja man kann kein Personal einstellen. Ja bedienen sich die Gäste halt hier selbstständig. Dann ist es halt so. Cars Animal Care. Modular Prefabs. Hier ist Terraforming. Kann man hier irgendwie so ein bisschen was für die Deko bauen? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich das hier ne? Ein paar Bäume und so. Tropical Bäume. Machen wir hier so eine Palme ne? Kann man auch eins. Eins sind kann man. Ist schwierig ne? Obwohl das ist eins sind wahrscheinlich ne? Ja das ist eins sind. Ein paar Bäumchen. Das doof ist es. Ich weiß nicht ob es hier. Wo gibt es denn hier so Statuen und so? Modular Pieces. Ah hier kommen wir doch der Sache ein bisschen näher. Hier haben wir. Ah das sieht doch schick aus. Lighting. Sehr nice. Gibt es hier keine vorgefertigten? Dann machen wir mal hier so eine. Zack Zack. So eine Straßenlampe wäre halt ganz cool. Zack 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 Zack. Gut das ist halt sehr mühselig. Schade dass man hier nicht mehr auf einmal. So eine Bodenlampen sind auch ganz nice. Ich will halt nur so ein bisschen zeigen was es alles gibt. Okay diese Lampen verbrauchen Energie. Wir sehen Strom ist wieder sehr sehr wenig. Das heißt wir müssen wieder so eine Turbine bauen. Hauen wir die mal hier hin. Aber ich will halt nur mal so schauen was es alles gibt an Objekten. Aber es gibt sehr 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 viel. Brücken, Türen. Also wirklich so auch einzelne Module wo man wirklich selber Gebäude bauen kann. Hier ist so ein Plaza was auch sehr sehr geil ist. Also diese vorgefertigten Gebäude sind auch ziemlich genial muss ich sagen. Können wir ja mal hier so bauen. Und einfach mal mit Wegen verbinden. Oder wir machen da so ein Holzpfad hin. Dieser Holzpfad ist mir ein bisschen zu breit. Schade dass man hier die Breite nicht einstellen kann. Aber das kann wie gesagt alles noch kommen. Wobei das sieht ja auch wieder schon ziemlich cool aus. Wenn man das so. Naja okay das ist wieder nicht. Ja okay. Ja das sieht doch ganz cool aus. Hier fehlen ein paar Lichter ne. Kann man auch so Lichter für die Gehege bauen. Wahrscheinlich ne. Objekte. Lighting. Wahrscheinlich wäre hier sowas ganz cool. Ich weiß nicht ob das schlecht für die. Für die Dinosaurier ist. So ein bisschen Licht. Wir machen mal hier eins und hier eins. Und hier. Gucken ob das so ein bisschen die Dinosaurier stört. Anscheinend nicht. Ja geht ein bisschen runter. Der Score wahrscheinlich wegen den neuen Sauriern. Denen es hier nicht gefällt. Weil hier zu viele tropische Biome sind. Vielleicht könnte man ein paar rauslöschen. Aber sollte erstmal ausreichen. Ich würde sagen. Aber wir haben so ein bisschen einen kleinen Einblick bekommen. Wir sehen hier haben wir wieder ein bisschen Stromprobleme. Das können wir auch mit diesen Dingern hier beheben. Diese Solardinger. Die sind günstiger. Bringen aber auch nicht so viel Strom. Die machen wir mal hier so. Ob das jetzt schick ist. Keine Ahnung. Machen wir einfach mal. Finde ich schon ziemlich cool. Wir haben auf jeden Fall schon einen Einblick gesehen. Was hier alles möglich ist. Und gut. Das sieht jetzt nicht so schick aus. Ich habe keine Ahnung. Warum das hier jetzt auch nichts bringt. Wir bauen hier mal nochmal so eine Windturbine hin. Ja. Es sieht nicht so schick aus. Habe ich jetzt auch einfach nur so gemacht. Wir haben auf jeden Fall einen kleinen Einblick gesehen. Was hier möglich ist. Was auch der große Unterschied zwischen. Oder zu Jurassic World Evolution 2 ist. Nämlich wirklich das Management. Das Bauen. Wir haben gesehen. Es gibt sehr 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 viele Möglichkeiten. Schon alleine hier diese einzelnen Module. Wände zu bauen. Türen. Einzelne Häuser zu bauen. Ziemlich geil. Was halt wirklich fehlt. Ist dieses Mikro Management noch. Wie es auch bei Jurassic World Evolution ist. Also so die. Das Personal. Eventuelle Personalräume. Und so weiter. Aber es macht schon mal einen ersten guten Eindruck. Animation ist halt nicht so besonders. Grafisch sieht das aber trotzdem sehr sehr gut aus. Ich würde sagen. Ja. Das war es mit dem Video. Wir haben es mal angezockt. Ihr habt einen kleinen Einblick bekommen. Ich habe einen kleinen Einblick bekommen. Ich bin auf jeden Fall positiv überrascht von dem Game. Werd es mir auf jeden Fall weiter anschauen. Ich hoffe da kommen jetzt in nächster Zeit einige Updates. Die das Spiel so ein bisschen erweitern. Dann würde ich sagen. Vielen Dank fürs dabei sein. Fürs Zuschauen. Und wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Lasst ein Like da. Ansonsten sehen wir uns einem anderen Video wieder. In dem Sinne bis dahin. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.